Karneval Karneval hat nämlich eine ganz, ganz lange Geschichte und wir versuchen hier in der Ausstellung die Kulturgeschichte des Karnevals zu zeigen. Die zurückgeht bis ins Mittelalter auf eine christliche Tradition. Es gibt natürlich auch heidnische Bräuche, aber die Einrichtung der Fastenzeit, der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern, das ist eigentlich der Auslöser wirklich dafür, dass Karneval gefeiert wird. Karneval, wie wir ihn heute kennen, gibt es eigentlich dann seit dem 19. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017